In diesem Video geht es um die fünf Säulen der Sozialversicherung. Du erfährst, warum es die Sozialversicherung gibt, wie die einzelnen Versicherungen funktionieren und vor welchen Problemen die Sozialversicherung in Deutschland steht. Die einzelnen Säulen der Sozialversicherung in Deutschland wurden nicht gleichzeitig geschaffen, sondern im Laufe der Zeit eingeführt. Die Krankenversicherung war dabei die erste der Säulen, die sowie die Unfallversicherung und die Rentenversicherung von Bismarck zwischen 1883 und 1889 eingeführt wurden. Seitdem wurden zusätzlich die Arbeitslosenversicherung sowie die Pflegeversicherung eingeführt. All diese Sozialversicherungen sind Teil des deutschen Sozialstaates. Sie sorgen dafür, dass die Menschen eines Staates vor den finanziellen Folgen unvorhergesehenen Ereignisse wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit abgesichert sind. Der deutsche Sozialstaat basiert dabei auf dem Prinzip der Solidarität. Das Risiko bzw. die Beiträge werden auf eine breite Bevölkerungsgruppe verteilt. Die Arbeitnehmer zahlen also in die Sozialversicherung ein und erhalten im Gegenzug Unterstützung, wenn sie Selbstunterstützung benötigen. Dieses System der Sozialversicherung kann als sozial gerecht angesehen werden, da es allen Mitgliedern einer Gesellschaft Zugang zu wichtigen sozialen Sicherheitsleistungen ermöglicht, unabhängig von dem Einkommen, dem Geschlecht oder der Hautfarbe. In Deutschland müssen grundsätzlich alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer ihren Beitrag zur Sozialversicherung leisten. Von der Sozialversicherungspflicht ausgenommen sind Beamte und Selbstständige. Doch schauen wir uns nun einmal die fünf verschiedenen Versicherungszweige der deutschen Sozialversicherung an. Starten wir mit der Krankenversicherung. Sie bietet allen Versicherten einen angemessenen Zugang zur medizinischen Versorgung. Das umfasst zum Beispiel medizinische Behandlung, Medikamente oder Krankenhausaufenthalte. Träger dieses Zweiges der Sozialversicherung sind die gesetzlichen Krankenkassen. Die Beiträge in Höhe von aktuell 14,6% des Bruttolohns werden dabei hälftig von dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber getragen. Das heißt, du bezahlst 7,3% in die Krankenversicherung ein und dein Arbeitgeber ebenfalls 7,3%. Die Unfallversicherung schützt Arbeitnehmer vor den finanziellen Folgen eines Arbeitsunfalls oder Berufskrankheiten. Zum einen bietet sie finanzielle Entschädigungen und medizinische Versorgung für Arbeitnehmer, die sich an ihrem Arbeitsplatz verletzen oder an einer Berufskrankheit leiden. Zum anderen werden aber auch präventive Maßnahmen getroffen, um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten zu verhindern. Die Unfallversicherung ist die einzige Säule der Sozialversicherung, bei der der Arbeitgeber die gesamten Beiträge trägt. Die Höhe der Beiträge hängt maßgeblich von der Gefahr der Tätigkeit ab. Die Rentenversicherung bietet dem Arbeitnehmer im Alter finanzielle Absicherung, sodass auch im Ruhestand ein angemessener Lebensstandard aufrechterhalten werden kann. Die Rentenversicherung basiert auf einem Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die aktuell erwerbstätige Generation die laufenden Renten finanziert. Die Höhe der Rente, die du später beziehen wirst, hängt dabei von der Summe der Beiträge, die du monatlich geleistet hast, ab. Träger der Rentenversicherung ist die deutsche Rentenversicherung. Auch hier teilen sich die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber den aktuellen Beitrag von 18,6%. Das bedeutet, jeder trägt 9,3% zur Rentenversicherung bei. Die vierte Säule der Sozialversicherung ist die Arbeitslosenversicherung. Sie soll den Arbeitnehmer vor den finanziellen Folgen einer Arbeitslosigkeit schützen und bei der Suche einer neuen Beschäftigung helfen. Die Arbeitslosenversicherung springt jedoch nicht ein, wenn du selbst das Arbeitsverhältnis beendet hast. Der Träger der Arbeitslosenversicherung ist die Bundesagentur für Arbeit. Der Beitrag beträgt aktuell 2,6% und wird ebenfalls hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Die letzte Säule der Sozialversicherung ist die Pflegeversicherung. Sie wurde als letztes in das deutsche Sozialversicherungssystem aufgenommen und sichert dich bei einer Pflegebedürftigkeit ab. Dann entscheidet der Pflegegrad, auf welche Leistung die pflegebedürftige Person Anspruch hat. Je höher der Pflegegrad, desto höher sind die Leistungen. Träger der Pflegeversicherung sind die Pflegekassen, die sich ebenfalls unter dem Dach der Krankenkassen befinden. Der aktuelle Beitrag in Höhe von 3,4% wird auch hier zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen. Jetzt, wo du die fünf Säulen der Sozialversicherung kennst, können wir uns den Problemen dieses Systems widmen. Vor allem denen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Du hast bereits gelernt, dass der Gedanke hinter den Sozialversicherungen auf dem Solidaritätsprinzip beruht. Das bedeutet, dass den Leistungsempfängern viele andere Arbeitnehmer gegenüberstehen, die Beiträge in die Sozialversicherung einzahlen. Durch den demografischen Wandel wird dieses Verhältnis jedoch gestört. Immer mehr Beitragsempfänger stehen immer weniger Beitragszahler, die das Geld für die Renten-, Pflege- oder Krankenversicherung erwirtschaften, gegenüber. Lass mich dir das einmal anhand der Rentenversicherung erklären. Lag das Verhältnis zwischen den Altersrentnern und den Beitragszahlern im Jahr 1962 noch bei 1 zu 6, werden es im Jahr 2030 nur noch 1,5 Beitragszahler je Rentner sein. Das stellt die Finanzierung der Sozialversicherung vor ein großes Problem. Exemplarisch zeigt die Entwicklung der Beitragssätze in der Pflegeversicherung, dass prozentual immer höhere Beiträge von Beitragszahlern benötigt werden, um den steigenden Bedarf zu decken. Schon jetzt zahlt auch der Bund einen großen Beitrag in die Sozialversicherungssysteme. Alleine zur Rentenversicherung trägt der Bund rund ein Viertel des Bundeshaushalts bei. Eine Menge an Steuergeldern, die verwendet werden, um dieses Defizit zu decken. In Zukunft sind also Reformen der Sozialversicherung unvermeidbar. Doch unendlich anheben kann man die Beitragssätze auch nicht. Denn das würde zu einer Mehrbelastung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber führen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen einschränken. Auch wenn weiterhin der Bundeshaushalt zur Finanzierung der Sozialversicherung genutzt wird, hat das negative Auswirkungen. Da der Haushalt des Bundes begrenzt ist, müsste also an anderer Stelle eingespart werden. Beispielsweise in der Entwicklung der Infrastruktur. Es bleibt also abzuwarten, zu welcher Lösung die Politiker kommen, um die Sozialversicherung zukunftsfähig zu gestalten. Bevor jetzt noch einmal die Zusammenfassung kommt, tu mir doch den Gefallen und abonniere diesen Kanal. Du weißt nun also, dass die Sozialversicherung in Deutschland aus fünf Säulen besteht. Der Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und Pflegeversicherung. Sie dienen dazu, dass die Menschen eines Staates vor den finanziellen Folgen unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit abgesichert sind. Das Solidaritätsprinzip ist dabei die zentrale Idee, auf der die Sozialversicherungen beruhen. Den Leistungsempfängern stehen Arbeitnehmer gegenüber, die Beiträge für die Versicherung leisten. Doch der demografische Wandel stellt die Sozialversicherung vor das Problem der Finanzierung. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, da mache ich noch mehr davon.